Paukenschlag für die Nationalmannschaft. Bastian Schweinsteiger tritt zurück aus dem DFB-Team. Nach dem WM-Titel und dem unerfüllten EM-Traum beendet der 31-Jährige das Kapitel Nationalmannschaft und verlässt eine wertvolle Familie, wie Schweini selbst auf Twitter sagt. Schweinis Bilanz gut 12 Jahre Nationalmannschaft, davon zwei Jahre als Kapitän, 120 Länderspiele, 81 davon gewonnen, 24 erzielte Tore. Zuletzt heiratete Schweinsteiger-Tennis-Star Anna Ivanovic. Vielleicht auch ein Grund für den Rücktritt jetzt, um in Zukunft kürzer zu treten und mehr Zeit für sein Privatleben zu haben. Untertitelung des ZDF, 2020